Wenn du behauptest, das Nashorn sei aus einem Zoo entworfen... Ich sagte, vielleicht, in unserer Stadt hätte es niemals einen Zoo gegeben. Welches ist das Einhörn? Ist das indische Nashorn? Nein, das ist das afrikanische, das zweihörnig. Ich glaube, ich... Da ist es! Dort unten! Das ist eins! Ohne Einbildung, man kann gar nichts reden. Hast du das Macht, dieser ewige Druck? Alle Arbeiten, unentwegt. Jeder muss heute erfolgreich sein. Tag für Tag das Gefühl nicht zu genügen. Zu kurz zu kommen. Das ganze Jahr über. Und dann zwei Wochen Ferien und so machen. Moral! Moral, 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 Moral! Hör auf! Ich kann es nicht mehr hören! Ich ertrag es nicht mehr! Sein kollektiver, kollektiver Wahn! Schaut es euch an, wo sie uns hingeführt hat, die Moral! Oh! Ein Nashorn! Ein Nashorn! Gehen holen sie los! Jetzt läuft es da hinten langer hinten, läuft es da hinten nach! Seid ihr besichert! Wir werden uns um ihren Mann kümmern! Oh! Frau Ost, sind sie da gelaufen? Und deshalb wirst du niemals Nashorn werden, wir finden jede Anlage, der es gibt. Na! Hättest du die Freude machen, was denn ist das hinten so? Ob soll ich mal irgendwie du, wenn ich mal lange hier sage? Verlass dich drauf! Ich fühle mich ausgeschlossen aus der Welt, als gäbe es keinen Ort mehr, an dem man die Stimme zählt. Bqui passed unless. Ende der Welt Ofer Zeit